Meine Lieben, heute möchte ich eine großartige Einladung an dich aussprechen und zwar am Sonntag, also diesen Sonntag schon, am 9. Juli, findet ein wundervolles Webinar statt zum Thema kreatives Balancetraining, sicheres Verladen und auch Ergotherapie für Pferde. Wenn du sagst, das hört sich spannend an, wenn du die Beziehung mit deinem Pferd noch weiter verbessern willst, wenn du dein Pferd noch ganzheitlicher stehen willst und wenn du richtig coole Bodenarbeitsübungen für dich, für dein Pferd zu Hause mitnehmen möchtest, um seine Balance zu verbessern, um seine Koordination zu verbessern, um es insgesamt vielleicht noch mobiler, noch geschmeidiger und auch beim Reiten zum Beispiel noch losgelassener und rittiger zu machen, dann bist du in diesem Webinar genau richtig. Melde dich jetzt an, den Link findest du im Text und abonniere unbedingt auch meinen Newsletter, das ist so, so wichtig, weil es gibt immer wieder großartige Online-Veranstaltungen, aber auch Offline-Veranstaltungen und natürlich ganz, ganz tolle Online-Ausbildungen, da startet demnächst auch noch eine. Deswegen melde dich unbedingt an, ich freue mich sehr, wenn du auf dem Verteiler bist, weil einfach immer ganz viel tolles Wissen dort mit dir geteilt wird. Also, ich freue mich auf Sonntag und auf deine Newsletter-Anmeldung. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Sandra.